Das sind die Top 3 Features von Samsungs neuem Klapphandy Galaxy Z Flip 5. Erstens, das Außendisplay wird nun endlich größer. Mit über 3 Zoll und einer fast quadratischen Fläche kann man nun endlich auch im zugeklappten Zustand das Handy vollständig nutzen. Zweitens, das Scharnier wird komplett überarbeitet. Das Z Flip 5 wird komplett flach zu schließen sein. Außerdem wird die Falte im Inneren deutlich reduziert werden. Drittens, durch das neue Waterdrop Scharnier wird das Handy auch flacher und leichter. Die Wasserdichtigkeit leidet darunter nicht. Wusstest du eigentlich schon?